Wenn ich mich so süß springe, dann tut er nicht so, ja, kannst du dich schon recht gut. Dann tut er so, was tust du denn, so wird das Ragen doch nur hin. Das ist doch für ne Gelacht, wir sollen uns so tun, da wird die Gabel hin. Servus Youtube, heute sind wir hier im Mittaglin, wir haben viel Ragen gefahren, mit den Bürgers heute unterwegs. Und, ja. So, der Plan ist ja dann da aufspringen und da so schräg einlanden. Dann kann man sagen, schauen ob das geht, let's go. Also, der Typ tut gerne so Musik produzieren, aber oft kommt halt ziemliche Scheiße aus. Und ich würde sagen, jetzt wird der da mal ein bisschen rundum fahren und dann werden wir mal seine Musik einblenden. Geht! Welcome to the bike bar, everybody's jump around. Welcome to the bike bar, come to us. Just send it. Welcome to the bike bar, everybody's jump around. Welcome to the bike bar, just send it. Welcome to the bike bar. Welcome to the bike bar, everybody's jump around. We show up, we're gonna help you. weil das ist schon keine Ahnung, zwölf oder eins. Wir sind schon lange unterwegs, seit neiner in der Früh. Geh mal was essen und dann geht es nicht alle weiter. Das ist Kans aufgebaut und dann werden wir jetzt mal über die Stürme runter senden. Let's go! So, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Folgst mir gerne auf Instagram. Da habe ich einen neuen Account gemacht. Wallner-Claudio und Sonntag wird ein neues Enduro-Video kommen. Es wird heftig.